hallo und herzlich willkommen zurück zum vierten und letzten teil let's try to for cry new dawn so zum einen wollen heute diese bienen mission machen und auf der anderen seite möchte ich vorher das liegt auf dem weg mal zum fangzentrum da mal einmal das zahnrad vergessen da ist aber fünf von sechs gefunden und ich glaube da war sogar noch ein tresor dem ich auch kann jetzt können wir es ja endlich öffnen so timbers an bord damit sagen los geht's fast 700 meter passt liegt auf dem weg warum nicht hallo habe ich gar nicht gesehen und da kommt was sie dann im gefangenen transport aus wahrscheinlich gefangenen transport ja bleib stehen los sind dahin er musste man den mann der einsteigen dem bar einsteigen let's go weinte war so typisch frau egal welcher teil man plant etwas zu machen und es kommt immer an dass man macht immer was anderes zu den gefangenen transport hinterher düsen aufholen von hinten schießen wäre blöd weil dahinten sitzt da der gefangene die momia befreien jetzt kommt ja auf geht's den befreien und dann kriegen wir so glaube ich ein vorteilspunkt die angelegenheit ist glaube ich geklärt gut dann können wir jetzt doch hoffentlich zum fang zentrum fahrrad dem bau kommen ja ja feiner timba so los jetzt wir wurden schon wieder von irgendwann gesehen den ball los einmal wenden ich hoffe wir können jetzt durchfahren ich will sehen egal ignorieren wir jetzt durchgefahren wieder 800 meter auf der ohr links und rechts überall irgendwelche wachposten sehen so ist jetzt der sturm so lange jetzt nicht nur ein transport kommt die wir wegknallen müssen müssen jetzt einfach zum fang zentrum durch ihr seht mich nicht einfach in andere richtung sicht da ist die church da ist das neue fang zentrum hinten vor kein new dawn da war ein baum im weg egal so nah wie möglich ran zack so timba jetzt hält mir mal beim suchen los hier kommen wir nämlich nicht rein in v5 kam man ja noch in die kirche rein da war es auch nur nicht das fang zentrum hier schon wieder so ein aasgeier kriege ich den von hier kurze beine maria da hinten nicht getroffen schade das ist aufgescheucht ja ja oder ab den haben wir erstmal aufgescheucht okay gut äh gegner sind hier keine mehr das ist auch gut hier oh da ist eine kiste wir haben hier gesehen wie geht denn sowas timba okay haben wir hier okay wurfmesser jetzt nix vielleicht hier unten noch da haben wir ja auf jeden fall den tresor vielleicht haben wir da auch dieses zahnwort übersehen hier nix zack so dass der tresor den knappen zack 18 titan perfekt okay haben wir hier nur irgendetwas übersehen sieht nicht so aus na okay da muss es draußen sein wo ist dieses letzte zahnrad ressorts abgeharrt tippe hilf mir mal kommt das zahnrad sucht das zahnrad da waren wir schon hier waren wir auch schon gelootet auch nix den besucht wenigstens schön mit das ist sehr schön ein besuchläger haben wir schon können wir hier irgendwas machen nein der boden gibt nicht nach warum auch warum soll er nachgeben wo könnte dieses hässliche zahnradchen sein so groß ist das gebieter hier gar nicht hast du was timba ich habe mich auch wie diese sandtügel überhaupt entstehen konnten wir denkt bei 45 gab es das alles noch gar nicht hier voll 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 alles voll mülltonnen die zugewählt sind beziehungsweise eingegraben sind auch nichts kann ja das kann ja nie muss irgendwo sein kann ja nicht weg sein noch was zum noten und da das fehlende zahnrad und damit haben wir sechs von sechs das fängt zentrum eine schlange zack die weißer schießen natürlich plündern gibt ein bisschen gleich damit hat sich auch kisten übersehen zum lügen das geht so nicht aber das immer mit meine geht also der schleifte muss ich sagen okay da hinten ist mit dem transport mein gott was von transport hat nicht gesehen also da wo sind wir da let's go als nächstes der bien auf dem weg hier haben wir auch noch was 0 von 3 ich würde sagen wir machen den bien endlich ich habe gesagt gerade noch kommt im bar was wieder hilfe dem bar wir kommen die kommen die kommen die bisschen feiner gerade schon die anzeige ist was das ist das ist das denn er sagt gut okay das sieht nach vorräten aus dem war let's go das sind unsere vorräte bei unbewacht das ist easy für uns einfach den vorausschießen das war's jeder hat sich verfahren das muss gelernden mitgenommen sehr schön das muss jetzt das muss ich hab kann man den bühne zack interagieren sehr schön titan und vätern zwei stück wenn man mehr so wer ist da hast du von uns okay zerstören thema geweck dass die heiligen nicht mehr benutzen können das thema umgeschmissen ein jetzt gut ihm geht es gut also das live okay dann werde ich sagen auf geht's zu herrn bin ich weiß nicht mit der jüngst so in dieser richtung let's go 800 meter mit bekannt worden gerade schon mal bei einem mörser station gleich man die frage geschütze auf dem was sagst du dazu ist jetzt aber unsere station ab zum auto ab zu mr bean schöner sind ausgleich okay ja immer 4 meter noch fängt sind wieder vorbei kein ding und wieder ein transport den brauchen wir besten gibt es freiwillig aus da kommen die verstärkungen gefahr ist abgewandt wo ist er da das geben wir noch ein vorteilspunkt für das befreien des gefangenen sehr schön das scheint ja alles sauber zu sein ich hoffe wir kommen jetzt hier weg ich kann natürlich nicht einsteigen gut geparkt würde ich sagen beifahrersitz sitz tauschen ich habe sie los bist ein pick up ok dann 200 meter gut das möchte der karte entdeckt kaputt ich bin der schöpfer von wikibinja der laden ja alles was du wissen muss das problem ist wikibinja ist in gefahr alle wichtigen daten sind weg alle karten infos einfach alles und jetzt fehlt auch noch mein business plan auch der business plan auch noch du bist aber ein fettnäpfchen der kerl ist spielsüchtig und lässt sich regelmäßig von diesen highwayman abziehen er hat ihn bestimmt irgendwo versteckt damit sie ihn nicht sofort abnehmen die sind nicht besonders nett oder respektvoll die sind nicht weit weg von dem ort wo er immer zockt wenn du ihn erschreckst rennt er mit sicherheitsschnur stark zu seinem versteck und du weißt ja meine knie und meine lunge und die knie meine lunge bitte holen mein business plan zurück wenn du mir jetzt den rücken wäschte später dein großes wikibinja er wird das ist dein fucking ernst pechsträne story mission so die keule nicht ausweichen starken schlag so und so und so und so und so und dafür dass wir den rücken waschen willst perversing so muss man liegen der heute jetzt die ganze zeit rum okay sein business plan zurück und das kann man nicht weil er knie rücken lunge augen arm und feuchte in der hose hat so müssen wir dann hin da müssen wir in pechsträne story mission stufe 1 begibt sich zu fahren okay und wir liegen als belohnung dann den bean in property wow den brauchst du sowieso ach keine ahnung wikibinja so erstmal durch was es so schönes gibt die zeit muss sein dass er die ganze zeit nur am rumheulen verblasste brief von mr bean so panzer tape 1 von 3 das heißt zwei müssen wir noch finden timber wortet feinartig unten okay so wo sie in die restlichen zwei timbersuch muster wie die bin ja liegt immer noch drin und erheult da haben wir noch zwei und wo ist noch drei gitarre geile wo die mitnehmen würden spielen könnten das wäre schon nicht schlecht nachdem wo ist der dritte wo ist das dritte motorrad die häuser da ist das dritte panzer tape immer einmal hier dabei sind natürlich vollständig hier ist es definitiv nicht kann es ja nur noch oben sein auch hier ein dunklen eck so drei von drei im dunklen eck wie sie es denn das erkennen sehr freundlich so die lassen wir liegen da kann sich fertig werden ja ist gut jetzt sag einmal bitte wenn wir da das war jetzt nicht so geplant da kommen wir jetzt auch nicht mehr hoch sehr schön ist das dein ernst kann man eigentlich das ist schon mega aus kann man eigentlich da jetzt so rüber gehen das ist ja alles todes verbranntes land und hier ist ja alles voller blüte so ich muss ausprobieren das gebiet sofort umkern ich würde gerne mal darüber also okay wir werden zurückgesetzt alles klar das wollte ich ja plus wissen okay also dieses verstrahlte gebiet dürfen wir nicht betreten das heißt auch map ende da okay und wir kommen hier mit dem auto natürlich nicht mehr hoch das ist richtig mega schön pick up verloren das auto das ist wahrscheinlich vom herr mr bean nehmen wir das so die bekommen dem bar möchtest du eine extra einladung jetzt kommt jetzt komm sehr schön so würde gehen wir den mitarbeiter von mr wikibin ja mal aufschrecken dann bekommen wir ja das versteck heraus von dem irgendwie da bin ich mal gespannt was das werden soll wow wir sind schon da sag das doch zuckerfarm vier federn man haben die uns schon gesehen haben die uns schon gesehen ah komm action zack 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 wo denn da oben auch sniper ist das der lad schneller nach man und jetzt wird der hund schon wieder nein ich bin ich bin ich bin ich nur an gut da ich bin ich auch okay oh fernst du schon er das mission entfernt sich von uns weil der weggerannt ist und ich sehe nicht wo der ist wo ist der wo ist der wo ist der der job stopp dieses fahrzeug geschlagen haben runter dankeschön heute ist wohl nicht mein glückstag ja nein nicht reden nein nein ich möchte hier drauf wo ist der äh mission viel geschlagen du hast mich hat verloren ok also die ignorieren und den typen gleich hinterher das dumme ist halt du es wird dir nicht angezeigt wo der hinrennt da müssen wir in 70 meter guck mal diese gleich direkt um die ecke so passt mal auf was ihr könnt kann ich schon lange soo soo du siehst mich nicht what 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 so kommt schon wieder einer hoch das ist das ist schon abgehauen tatsächlich da hinten rennbar ja Timber komm los hinterher die ignorieren wir jetzt nicht dass er wieder abhaut das das land pflücken nicht pflanzen pflücken dann geht die tiere tragen ihre beute in ihrem bau vorgehen um zu erfolgen zu erfolgen ok danke für diesen hinweis so bleibt mal stehen jetzt hier beziehungsweise rennen zu deinem versteck stehen bleiben wir jetzt gerade schlecht wo will er hin wo will er hin wo will er hin wo will er hin ich hoffe das geht jetzt nicht so ewig bitte stehen laufe und Buchsen nur begleitet oh ist das sein fucking ernst los jetzt zeig mir dein versteck wo ist dein versteck echt wow was für ein versteck ich habe mein kartenspielen verloren ha 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 ich habe ein problem okay ich wusste ja nicht dass es so schlimm wird ich war einer von beans speern und ich dachte wo die highwaymen doch so viel herum kommen wären sie eine gute informationsquelle sie sagten wir spielen darum und auf einmal hatte ich beans ganzen krempel verloren das einzige was ich denen noch anbieten konnte waren meine klamotten und beans business plan der plan ist in meinem geheim versteck in einem kleinen bunker hinter dem hügel da ich schwöre ich zocke nie wieder zack ist dafür dass du den business plan geklaut hast und dass du hier nackt drum rennst ach lerns so betritt den bunker wow das ist ein mega versteck würde ich sagen in einem flussbett rumstehen das nennt man versteck okay da hinten okay die sind nicht allein juhu das könnte actionreich werden da sind wir denn da endlich hat er hätte geklappt ich dachte schon ich hätte die headshots von 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 verlernt boom hat es gemacht aber die hat es ja gar nicht interessiert und ein timper ist angeklang nein ich habe jetzt nicht auf timper geschlagen ach von hinten na moin so jetzt geht die action los jetzt kommt die maschkomme warte 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 oh ein dauerbeschuss ey ich muss nochmal kurz die billen nehmen die habe ich vergessen die bien hier ist oh von hinten oder was was bist du für eine kröte die bien hier liegt immer noch am boden so komm mal jetzt komm her timper lass dich nicht im stich so fein ey schnapp sie dir los da und nicht schneller machen aber ich bin mit der hand schneller ey ja tippo kümmert sich um den perfekt geht doch ach ja war schneller vorbei als gedacht hey mister was darf denn sein bisschen blühen und das muss sein bevor wir den bunker betreten ich ich freue mich 1 von 3 2 von 3 na hallo gib mir den zahnrädern 2 von 3 die dritten sind bestimmt hier im bunker oder wir gucken mal meistens so wow wie kommt hier feuer her lesen anstellungsbrief lieber herr richard glückwunsch ihre bewerbung bei wikibinia ist akzeptiert worden sie sind der allererste spieler und das ist eine ehre abbezahlung wird einmal eine mahlzeit pro tag sein aus zur röse anzurechnen auf eventuell akkumulierte ressourcen werte ach du scheiße denken sie daran dass sie mir helfen den traum zu verwirklichen von allen denen mein papa immer geredet hat ihr beitrag zu dieser firma ist unermesslich danke seien sie stolz bla 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 ist das bien sein ernst ok hier brennt es wie kann sein dass es hier alles brennt munition als hilfe business plan an die sprüche denn erstmal hier klarkommen hier brennt überall das hilfe munition so das gibt mir das titan da hinten ist ein bisschen klar ok was haben wir hier au au so ok da liegt er business plan so jetzt müssen wir hier raus so klingt meine stimme ja so klingt deine stimme moment nicht uva äh ich wollte sagen dass ich runterziehen musste aber ich schätze ich bin jetzt näher an dem Ort an dem du vermutlich bist äh geh nach ähm süden glaube ich äh du findest mich schon ganz bestimmt echt jetzt du lagst die ganze zeit du liegst glaube ich immer noch oder zumindest laut symbol ok geh Richtung süden glaube wow das ist meine angabe ja ja wir suchen aber immer noch auch glaube ich das dritte zahnrad ne das haben wir ja noch nicht gefunden so hat diese alle geplündert dieses licht oh es ist nervig so warte mal ja genau abgehakt ist es noch nicht also muss noch irgendwo das dritte zahnrad sein und wir müssen dann ja gut richtung dann auch den ok wo ist das dritte zahnrad wo ist das dritte zahnrad wo ist das dritte zahnrad Justin Timberlake, helf mir mal hier vielleicht hier vielleicht negativ vielleicht sieht ganz schlecht aus ich bin war mir eine kiste schwarzpulv und sägeplatten munizieren das ist immer gut groß ist ja oder gar nicht das wird immer angezeigt das wikibin liegt aber also waren wir sitzen gegangen okay aber das im punkt übersehen da alles klar da haben sie drei von drei sehr schön freut mich das immer noch plündern so kommt der macht den bock mehr und der eine für jeden fall angehittet roti und ihr seid tot das ging schnell und wieder nur frauen die highway mensch warum nicht so 170 170 meter verhaut sich aus den latschen hätte bestehen was ist denn du du hast da wieder eine nebenvision für uns oder mehr guten tag die highway man haben eine alte geisterstadt in eine schrauberbude verwandelt dort gibt es eine menge ethanol das prosperity gut gebrauchen könnte macht sie fertig kämpfen außenposten okay da neun außenposten mitgeteilt bekommen weiter geht es was soll es bevor der mehr schaden anrichtet er merkt auch gar nicht hallo so dankeschön für den loot petern schwarzpulver läuft zu dem autosymbol müssen okay eben stehen da bin ich ich würde ja klatschen vor freude aber papa hat immer gesagt das machen nur babys und clowns und ich bin beides nicht weißt du noch wie ich sagte ich wasch dir den rücken tja ich mache jetzt meine wiki bin ja haupt ihr ja danke du hast es geschafft ich wusste es hallo ich bin hallo aber wie bist du schon mehr hallo sich doch mal nachhelfen alles gefixt der wohl dem chef wieder hoch jetzt redet mit mir also weißt du noch wie ich sagte ich kann ich mache jetzt meine wiki bin ja auch scheiß rücken waschen auf meine späher sammeln infos und ich krieg wieder neue karten und naja du wirst schon sehen mit diesem business plan wird wiki bin ja international so wie papa meinte wie es früher war alle werden uns helfen und spenden das wird super wir sehen uns bald in prosperity ja ja ich kann es kaum erwarten dann machs gut bis bald ja juhu ich freue mich wenn du sie meinen reingepflanzt kriegst für den rücken waschen schon wieder fest drehen abgeschlossen damit haben wir diese mission auch erfolgreich abgearbeitet und haben ein von zwei spezialisten jetzt in prosperity vorhanden hier ist noch eine schlange wir haben einen erfolg wieder mal freigeschaltet und hier scheint es auch noch irgendwas zu geben bevor diese folge dann auch zu ende ist muss ich mir noch schönen so knacken das ist gut da gibt es die da und müssen wir schon wieder irgendeine lieferung unterwegs zack audio für nebenmission schwierigkeitsgrad 2 mp3 player neuer song für das überleben radio freigeschaltet okay komme ich wundere wer da unten am boden liegt die drei von vier panzer t wo ist das letzte das würde ich noch gerne finden hier drüben bingo zack 4 von 4 dann haben wir auch hier ein häkchen verblasste seite im ganzen county gibt es nicht mehr einen einzigen funktionierenden motor benzin gibt es einfach nicht mehr aber irgendwie muss es doch möglich sein dass motoren auch mit holz oder kohle laufen und ich werde das höchstpersönlich rausfinden ich habe meine vorräte auf der anderen seite vom weg verrammelt und da sind sogar ein paar songs auf dem player um die zeit totzuschlagen drei jahre kollaps kriegen mich nicht klein ja das haben wir ja schon gefunden so dann würde ich sagen kommen wir aber langsam aber sicher zum ende von der ganzen letzten zwei serie und dem vierten teil zu fahr quite new dawn also es gibt viele materialien in der umgebung das ist abgehakt viele materialien die man einsammeln kann beziehungsweise bestimmt auch muss um mindestens auf 100 prozent zu kommen und ja es ist eine abwechslung es ist aber jetzt natürlich nicht so die herausforderung und ja was jetzt die mp3 suchsache angeht ist jetzt auch nicht so wo man sagt geil es macht spaß dass man im ganzen land nach diesem beispiel die ganzen songs suchen muss damit man die ganze sammlung komplett hat gut dann würde ich sagen kommen wir aber jetzt zum nein wir kommen nicht zum ende ich sehe was was ihr nicht sieht äh noch einen gefangenen den machen wir noch mit bevor es jetzt zu ende geht ich hoffe den erschießen wir jetzt nicht okay da gibt es eine absicherung die du allerdings nicht hast die gehen jetzt aber schnell vorbei doch mal stehen du kannst mir nicht entkommen in diesem fortzeitspunkt hole ich mir jetzt noch zum ende der folge und ich befreie diesen herrn das ist ja wohl nicht oh man flucht ist doch keine lösung blühen tue ich dich so oder so so wir haben wir drei mal ein vorteilspunkt einen weiteren für uns oh hallo greifen uns und new eden an keiner ist mehr sicher bleib sauber musst aufpassen musst aufpassen wow weiss mich ja schon oh Gott Gott da kamen unsere leute mit dem auto um die Ecke ich dachte schon es wäre schon wieder die high w man achte an dem gleichen gefangenen das wird natürlich auch warum auch nicht okay dann würde ich sagen sind wir jetzt aber am ende mit der letzten zwei testreihe wir haben vier teile gemacht zu far cry new dawn ist auf jeden fall unterhaltsam ist mal echt was anderes es macht auch wirklich viel spaß und es ist wie gesagt kein vollpreistitel aktuell glaube ich 49 99 im handel zu kaufen zu erwerben und wenn man klickt hat gibt es auch angebote dann ist man vielleicht bei 30 euro oder so dabei auf jeden fall ist das der letzte teil gewesen zu far cry new dawn und zuletzt test ähm zuletzt zwei folgende reihe ich hoffe diese folge und die ganze äh let's drive folgende reihe hat euch gefallen wenn du siehst lasst doch bitte einen positiven daumen nach oben da und ein abo wer es noch nicht gemacht hat würde ich mega freuen und auch gleich die glocke mit aktivieren so bekommt ihr sofort informationen sobald denn eine neue folge auf meinem kanal gibt an dieser stelle bin ich raus wir sehen uns an äh einem anderen äh ja folge wieder bis dahin verabschiede mich vielen dank fürs zuschauen und bis zu einem anderen projekt auf meinem kanal macht's gut tschau 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 tschau